Wenn die Hochzeitsglocken läuten, muss alles perfekt sein. Liveband, Tischdeko, Brautkleid, Schmuck oder die Hochzeitstorte. Aber wo findet man die besten Tipps und Anregungen? Natürlich auf einer Hochzeitsmesse. Im Bayerischen Hof Erlangen hatten die Besucher auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, sich Anregungen zu holen. Und es gab auch eine Premiere. Die Fürther-Designerin Simone Weghorn präsentierte ihre erste eigene Hochzeitskollektion. Also ich habe die Kollektion so gestaltet, dass die meisten Kleider wandelbar sind. Das heißt, man kauft ein Kleid, das ist dann zweiteilig. Eins davon ist ein Etui-Kleid oder ein A-Linienförmiges Kleid, kurz, was man dann fürs Standes antragen kann. Und das andere ist dann lang, sprich man zieht dann einen Rock und eventuell noch eine Schleppe oder Schleier dazu an und hat dann das lange Traumkleid für die köchliche dann. Bei Simone Weghorn gibt es aber nicht nur das perfekte Brautkleid. Sie kümmert sich auch um Make-up, Accessoire, Styling, kurz, die Designerin bietet alles aus einer Hand. So kann die Braut den Hochzeitstag ganz entspannt angehen. Übrigens, Hochzeitsgäste finden bei Simone Weghorn auch das richtige Outfit. Na dann steht der Traumhochzeit ja nichts im Wege.